Ja, meine Freunde, damit melde ich mich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rouge. So, ich habe jetzt erstmal die ganzen anderen Dateien, also die alten Videodateien, erstmal gelöscht, die ich schon hochgeladen habe. Und mal gucken, hoffentlich klappt das jetzt langsam mal mit dem Gelacke und so. So, hier haben wir die Aufnahme, ja. Naja, naja, naja. Und wieder Soundbox, ey, es kotzt mich so an, ne. Da ist er. Was? Das kotzt mich so an, ne. Ey, gut. Alter, das, was ist das? Ist das Assassin's Creed Rouge für Arme oder was? Du hast mich das letzte Mal beschossen, das kannst du mir aber glauben. Drecksack. Äh, den ersten Schlüsselträger finden? Wie den ersten Schlüsselträger finden, willst du mich verarschen? Den habe ich doch. Wie schön, dass der an mir vorbeiläuft. Boah, ihr mit eurem blöden Buttermesser, ey. Was kriegen wir? Tabak 90, Stoff 101, Stein 90, Holz 45, Metall 28. Okay. Halt die Klappe! Was willst du? Truhe? Haaaah. Tut mir echt leid, dass dieses Spiel so am Rumbacken ist Das ist echt Ne Nicht mehr feierlich So, was haben wir denn hier? 1 und 5 Noch einer, komm her Drecksäcke So, wenn es so weiterläuft, ist es ja schön Tja, mit dem Unterschied, dass hier keine Glocke mehr dran ist Haha Irgendwie geben wir die Franzosen gerade tierisch auf den Senkel Ich weiß noch nicht warum Ich weiß noch nicht, dass hier noch etwas zu holen, in dem Gebiet, nein Aber Wir machen das jetzt so Alter, die Klappe, ich tu dir doch nichts Zumindest ist es nicht bewusst Okay, da komm ich her Da, hier, 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 da komm ich hoch So Ab und zu geht es ab und zu wieder nicht Also es ist sehr, sehr komisch Wie sieht es hier jetzt aus Okay Ich würde mal sagen, wir machen So, so, so Dann da Oder wir machen es so Gehen dann Hier hin Dann da Da, da 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 Obwohl der Animus können wir uns jetzt eigentlich auch direkt holen, oder? Dann haben wir den schon mal Ich meine, wir sind ja eh jetzt gerade hier in der Nähe Hallo, würdest du runtergehen? Ey, ich glaube nicht, dass ich den kriege, oder? Doch Hier sind Einkerbungen Ich wollte gerade sagen So, wo fangen wir jetzt? Verdammt, ich noch eins an Ich weiß das nicht Entweder so Oder so Wäre natürlich cool, wenn wir So gehen So sind wir direkt an einem Schiff Ja, machen wir auch Also fangen wir mit dem Kriegsbrief an Ja, wie gesagt Tut mir sehr, sehr leid Dass das Spiel teilweise so am Rumbacken ist Ich hätte auch lieber, dass es flüssig läuft So, die Jagderausforderungen Die haben wir hier Mal gucken, was ich diesmal jagen muss Stellt euch der Herausforderung Stellt euch der Herausforderung und beweist, dass ihr die tödlichste Kreatur von allen seid Schauen wir mal Was sollen wir denn? Sammeln sie Biberfälle Zwei Minuten So, der erste Da ist der zweite Der dritte Der dritte Der dritte Der lachende dritte Und so Ich sehe keinen Ich sehe keinen Hallo Ich brauche immer noch drei Da ist noch einer So, das waren drei Ich habe nur noch Da ist noch einer Die waren so komische Geräusche So, einer noch Einer noch Einer noch Einer noch Ne, das war War mal einer Ich habe nur noch 30 Sekunden Da hinten Schön Schön Sehr schön Die Jagdherausforderung haben wir somit auch So, als nächstes Habe ich gesagt Die Truhe Die wir ja eigentlich schon gesehen hatten Ach, deswegen habe ich die nicht gesehen Alles klar Weil die da oben ist Mal gucken Na, da komme ich nicht hoch Da komme ich hoch Auch ein komisches Versteck Um eine Truhe zu verstecken So, als nächstes Außenposten leer Wunderbar Die Truhe Die ja mal gerade 248 Meter von uns entfernt ist Na, herzlichen Glückwunsch Ich hoffe mal Dass wir über den Bäumen Ja, danke schön Nein, der kann sich ja nicht festhalten Scheiße Aber der kommt hier irgendwo wieder raus Oder 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 Hier Kommst du hier noch weiter hoch? Nein Schön Und was hat mir das jetzt im Endeffekt gebracht? Gar nichts Du sollst dich da hochspringen Du sollst da hochspringen Und warum kannst du dich denn nicht festhalten? Ach, ich bin so blind Oh, ich dachte ich hätte alle Wachen getötet Aber anscheinend Wie war das? Hä? Ich bin Deutscher Ja? Also rede kein Französisch mit mir So, wo komme ich da raus? Da Und hier irgendwie wieder rein Ja Okay, jetzt muss ich irgendwie erst mal gucken Wie ich hier hochkomme Aber wenn die Truhe hier schon mal in der Nähe ist Dann können wir uns hier auch schon mitnehmen Alter Mann Ob mir das aber was bringt Kommt man da hoch? Ich siehe so aus, ne? Nein Da kommt man Hier? Nein Wie zum geil Sollen wir denn da hochkommen? Kommt man hier hoch? Ja Ah, hier kommt man auch hoch So weit, so gut Okay Als nächstes Gehört das auch noch zu der? Ansonsten Da, da Und da Nee, ich glaube das gehört nicht dazu Ich glaube das ist wieder so eine einzelne Ja, 4 von 5, okay Gut, dann machen wir jetzt mit dem Animus-Fragment weiter Dass sich 153 Meter in die Richtung befindet Autsch Oh, oh Ich werde sterben Ich werde sterben Ich werde sterben Doch nicht Gott sei Dank Warum müssen die einzelnen Sachen immer so weit auseinander sein Das geht mir nicht in den Kopf Jetzt kommt man natürlich da auch nicht lang Ein Sammelobjekt Ach, dann ist das Gehört Der Animus-Oni schon nicht mehr zu dieser Insel Das ist so unübersichtlich Dann ist das nur noch das und die Truhe, oder? Ja, ein Nee Sind zwei Aber wie soll man bitte da hinkommen? 97 Meter Kommt man da hoch? Nee Glaub ich nicht, oder? Nein Da kommst du ja auch nie lang Hörst du, ob Superfrieder Fass wäre bei meinem Schiff Einmal runter rum Kann ich mir nicht vorstellen Ich weigere mich zu glauben, dass Und apropos, wo soll denn dann diese Truhe sein? Na, die ist dann hier Soll ich da extra mit dem Schiff hinfahren? Das wäre aber unlogisch Ich bring das aber Ich fahr da mit dem Schiff hin Das ist mir vollkommen egal So, fünf von fünf Truhen So, dann markieren wir uns das Ganze mal Den Animus Und fahren da mit dem Schiff hin Ist mir So, egal Und die Soundpacks fangen wieder an Herzlichen Glückwunsch Was für Anzeige in den Wind Hebt dem Wind nach Viele Nutzprach aufnehmen Schotten dicht Halbes Segel Holt sie nieder Raus aus dem Wind Tja, ja So ist das So geil wie die Story von dem Spiel auch ist Aber Erzähl mir nur die Renovierung Toll Und wo haben wir die? Die gibt es keine Wo soll die Renovierung sein? Aber wie wäre man denn hier hingekommen? Ich wüsste das nicht Schiff rufen Das ist ja nicht direkt da in der Nähe Öffnen und trimmen Alle Segel Sie verträgt das Das müssen 5% Schiff rufen Firma Tabak Firing It's Lć A Ja, ich nehm auch schon Kurs da drauf. Was? Ah, das ist nur ein Bandenhauptquartier. Ich dachte, das wäre so ne... Und schon wieder! Ey, was soll denn der Scheiß? Schneesegel einholen! Anker ab! Nur von zwei Träumen. Okay, okay, so, die Giftvorräte der Bande sabotieren, den Mandenführer finden und tönen und die Flagge der Bande streichen. Gut, machen wir das! Was? Was soll denn sein? Zerstören! Ich würde da weggehen! Ich dachte, weg... Weg mit dir! Wie, ich bin doch anonym! Himmel, Herrgott! Was? Was? Ich war da schneller als du! So! Mal wieder nicht! Was war das denn bitte? So! So, das hätten wir somit auch! Hier ist immer... Tja! Hier ist noch... Hier ist noch... Alter! Ich glaube, der war unter... Wut! Diese Berserker-Dinge da! Wo soll denn die... Wo soll denn die... Wo soll denn die Truhe hier sein? Ach! Alles! Klar, mal gucken, ob das jetzt funktioniert! 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 So, dann haben wir da oben noch ein Animus-Fragment! Und... Ah, ich sehe es schon! So! Wie? Die Insel hat gar keinen Aussichtspunkt? Okay! 91 Meter! Ja! Tja! Kuckuck! Ich habe wieder Sonntags! Du da! Du da! Du da! Huh? Alter! Wir sind doch auf derselben Seite! Du volles Spast! Tja! Wenn es so nicht geht, geht es halt anders! Herzlichen Glückwunsch! Wow! 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 Was ist jetzt los? Halt die Klappe! Halt die Klappe! Scheiße! Wann ein Führer hat mich entdeckt! Das wollte ich eigentlich vermeiden! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Auch! Und das ist ja noch! Däck ich auch! Komm ich denn hier wieder hoch? Nö! Warum auch? Komm ich hier wieder hoch? Nein warum auch! das heißt ich muss jetzt den ganzen weg wieder zurück ist das jetzt allen ernst ist euer ernst muss ich das jetzt nein muss ich nicht wie der bandführer hat mich entdeckt wo ist er denn da ganz hinten halt die klappe ich bin anonym ich weiß ich überziehe gerade wieder laut meinen berechnungen müsste die auch nehmen wir jetzt schon 31 minuten gehen 12 truhen und einer truhe noch halt hier der munition ich glaube die ist hier unten ja so und ein sammelobjekt noch wo haben wir das da wieder 90 meter ich komme gleich wieder war zwar nicht gewollt aber es hat funktioniert ich brauche jetzt erstmal ein wenig du sollst nicht da hoch springen du kommst eh nicht da hoch so den hätten wir auch das ist zumindest einer aber nicht den wir suchen wo zum geier ist der da ist er doch nein hat er doch noch geklappt wunderbar na joo chatten wir das auch und warum ist das jetzt nicht blau so wie es normalerweise sein sollte ist es doch jetzt jetzt ist es blau so wie es weiter geht sehen wir in der nächsten folge von assassin's queen Haltet die Ohren Steif und bis bald Tschüss